Hallo, der Blindspectator für euch am Mikrofon. Zusammen mit Pixelplayer Jack spielen wir weiter Trials Fusion. Moin. So. Ja, diesmal ist keine Extremstrecke mit dabei. Wir haben dafür eine weitere Schwere genommen, weil Ubisoft hält wohl keine Extreme mehr bereit. Oh wow, was ist das? Ich mach mal nichts. Okay, das war gut. Nichts machen war gut. Ich bin wieder gecrasht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Kann ich dir nicht sagen. Ich bin wieder gecrasht. Was machst du denn? Jetzt bin ich gecrasht. Oh, ist das eine Kackstelle hier. Meine Fresse. Alter, aber die Matt ist auf jeden Fall cool, wie sie sich zusammenbaut und so. Endlich habe ich den scheiß Anfang geschafft. Wow, 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 wow ab ins ziel war ich brauche noch ein bisschen die zeit hast du sagen durch den looping ist bei mir bildschirm kurz schwarz geworden und dann ging es weiter wenn man hier den anfang verkackt dann verliert man halt auch so viel zeit direkt weil es jedes mal so lang dauert sehr schön schaffst du kommt check man komplett sehr gut ich glaube du könntest noch ja du könntest noch auf jeden fall jawohl sehr schön gut gemacht auf jeden fall ja zum reinkommen auf jeden fall auf jeden fall eine gute sache ich finde ich finde es doch cool wenn du reingekommen bist ins ziel noch so super so mittlere das war einfach okay oh shit nein crash als wenn ich hier gecrashed bin und er float da einfach durch er flower hier gerade nicht mehr vorhanden ja da bin ich auch wieder freundchen ich werde nicht kampf kampf nein nein brem so alter zurück zurück wirst du holy shit ist mir auch passiert auch auf dem vorderrad oder steht da war das ziel jetzt aber punkt gleichstand war also in dieser map quasi habe ich jetzt kennt wenn die band bekommt verdammt genau hätte ich mit gerechnet weil ich habe mich hier echt dämlich angestellt also so manche sagen wie ich auf vorderrad runter bin und dann hoch natürlich ist damit ein genickbruch da unten in der kule gelandet ich hätte das mal genießen sollen den genickbruch nein quatsch erste schwere oh holy okay alles richtig gewesen nein dafür das nicht zurück 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 nein nicht zu weit oh shit ein hacken shit alter das darfst du nicht dort ja geht doch okay oh nein was mache ich denn offenbar nur unsinn kann ich mich nach jedem checkpoint auf die fresse zu legen das wäre echt geil da wäre ich auch gern mit dabei da steht nein nein auch gott nein also glaubt nicht dass ich irgendeinen vorteil hätte oder so bei mir passiert genauso ja bin mal gespannt ob ich das noch potenziell ja nein 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 du schwein ach shit gibt's doch nicht hier für krasse hintergrundsounds gerade bei mir sind ja so so gibt's doch nicht als würde ich schaff doch nicht ich schaff doch nicht nein jetzt schaffst du es nicht mehr ja sonst wäre es eigentlich dahinter gewesen nur noch die rampe dann drauf ja und das ist bei mir dann auch noch punktlos mittel ja da kann ich wieder glänzen haltet ist der stelle ist trappel im tempel trämpel 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 im tempel nein natürlich ist das ein crash ey so viel zu ich kann hier glänzen oh holi schaffst du kommt ja oh 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 nein genau ins loch ey scheiß und jetzt kein gast gegeben jetzt zwar das fängt ja schon mal richtig dämlich an bei mir ja mittlere strecke ne nein kopf einziehen danke da passiert nein wer ist drin ja das wird wohl deine folge werden könnte schon wir es gern noch ein fehler machen wir haben jetzt noch eine schwere hinten dran die kannst du auch noch mal drehen zumindest auf gleichstand oder so ja wenn du nicht reinkommst ja ist ja bei schweren gar nicht mehr so unwahrscheinlich ja ich weiß nicht schön hingepackt ja gut bei mir auch du auch nein 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 doch nicht noch mal oh nach genau bist du hier einfach hochgekommen oder was shit nein was bin ich hochgekommen die schräge hier alter was ist das tut mir leid aber weil wegen konkurrenzkampf darf ich keine tipps geben die die holi schon auch genau Ja, natürlich Nein, nein, fahr doch Okay Nein Wie fies war das denn? Wie fies ist das denn? Okay, abspringen Ist mir egal, hauptsache du Schatzesmittel Da musst du einen hohen Bunny Hop machen Also hinten oben Ja, komm Ja, sehr schön Ja komm, den Checkpoint kriegst du noch Ne Ja, schade Puh Alter Falter, ey Dann endet es mit einem Gleichstand Dann endet es mit einem Gleichstand Aber du hast die bessere Zeit Du gewinnst, ey Glückwunsch an dich Danke, danke Viel Spaß Ich hoffe, euch hat es gefallen